So, da bin ich, jetzt nicht ganz live. Weil man idealerweise im Leben ja aus Fehlern lernt, habe ich mir gedacht, mache ich das nicht nochmal wie vor ein paar Jahren in Mainz, wo man vor lauter Trainerschläge der Stimme irgendwie nicht so richtig verstehen konnte, was ich eigentlich sagen will. Nichtsdestotrotz war es mir wichtig, dass ich die Gelegenheit bekomme, nochmal mit euch und zu euch zu sprechen. Sieben Jahre unseres gemeinsamen Lebens nehmen nächste Woche erst ihr Ende, aber heute sind wir zum letzten Mal hier gemeinsam im Signali-Duna-Park, der meine Heimat war und das super gerne. Ein außergewöhnliches Stadion, ein außergewöhnlicher Ort, der aber natürlich nur so außergewöhnlich ist, nicht, weil er so fantastisch gebaut wurde, sondern weil ihr ihn zu diesem Ort macht. Ich habe jede Sekunde hier genossen, nicht nur hier, sondern generell mit euch und dafür von ganzem Herzen mein Dankeschön. Ich hatte das große Glück, mein Trainerteam und ich werden das große Glück, dass wir 2008 diese Entscheidung getroffen haben, herzukommen und wenn man jemals in der Geschichte des Fußballs von einer Win-Win-Situation sprechen konnte, dann glaube ich, trifft das in dem Fall den Kern. Wir haben eine ganz lange Zeit unseres Lebens zusammen verbracht und wie das der Idealfall im Leben ist ja so, dass man, wenn man lange zusammen ist, dann Geschichten zusammen erlebt, Momente zusammen durchlebt, die in Erinnerung bleiben und zwar in positiver Erinnerung. Und davon nehme ich einen ganz, ganz großen Sack voller positivster Erinnerung, nehme ich mit. Und ich hoffe, euch geht es genauso. Das ist der Moment, in dem man Danke sagt. Danke natürlich auch an Rainer Draubal, Akiwatzke, Michael Zorc, an jeden einzelnen Mitarbeiter von Borussia Dortmund. Und ich weiß, wovon ich rede, ihr könnt stolz darauf sein, dass solche Leute sich um euren Verein kümmern, weil jeder einzelne Mitarbeiter des BVB eben auch Fan von Borussia Dortmund ist. Ich weiß nicht, ob es das überall gibt, aber hier ist es so. Und wie Menschen so sind, machen sie nicht alles richtig, aber das, was sie machen, machen sie voller Herzblut und sind die Besten in ihren Bereichen. Und es war mir eine große Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus war es mir eine ganz, ganz große Ehre, für diesen Verein tätig zu sein, also für euch tätig zu sein, beim einen oder anderen Erfolg, den wir feiern durften, zumindest mal nicht zu stören und ihn eben möglich zu machen. Und ja, jetzt ist es vorbei. Und als kleiner, kleiner Tipp von jemandem, der ja schon mal so einen Abschied von einem großartigen Verein, in meinem Verein 1.05 durchgemacht hat, kann ich euch nur sagen oder raten, nicht zu vergleichen, weil der Vergleich schmälert die großartige Erinnerung und erschwert die großartige Zukunft. Und dieser Verein wird eine großartige Zukunft haben, da bin ich mir ganz sicher, die Basis ist sensationell, ihr seid sensationell, die Leute, die arbeiten, sind sensationell, ihr bekommt einen überragenden Trainer. Alles wird gut. Wir haben noch ein bisschen was vor und wir haben nächste Woche noch ein ganz, ganz großes Finale und vielleicht sehen wir uns ja dann idealerweise, wenn es an mir geht, am Sonntag nochmal in der Innenstadt. Ich hätte da großen Bock drauf, ja, diese tolle Zeit mit so einem fantastischen Moment dann zu beenden, glaube ich, würde der Sache gerecht werden. Es hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht und nochmal vielen, vielen Dank für alles und wir sehen uns ganz bestimmt irgendwann. Bis dahin, euer Kloppo. Und da, mit der